Edelien ist eine Stadt im Tal des Flussesboden. Der Heldenplatz ist einer der erstaunlichsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ursprünglich würde am 14. September 1930 ein Denkmal für den ersten Weltkrieg eine Welt, das von Säge Karol geschaffen würde. Im Jahre 1991 würde noch ein Getan-Tafel an den Helden des Zweiten Weltkrieges gemacht werden. Das wunderbare Denkmal können wir heute im Zentrum der Stadt bewundern. Der Heldenplatz ist eine Stadt im Tal des Flussesboden. Der Helden ist eine Stadt im Tal des Flussesboden. In dem 19. Jahrhundert würde das Schloss von dem Herzog von Saschenhoburg Gote in den Bett genommen. Die Korbussräbten nur selten hier im Jahre 1830 wurde es umgebaut und ein Teil für andere Zwecke verwendet. In den 90er Jahren stand das Schloss Langelier und das Denkmal wurde im Jahre 2001 von dem Büro für nationale Denkmäler übernommen. Das Landhaus und Museum liegt in Edeling in der Bursche der Teil der Stadt. Es gibt drei Häuser. Die restlichen Wohn- und Wirtschaftsgebote stellen die Entlang der Bodewa erhaltene Volksscharf-Architektur. wiederholen Elsie Wohn- und Fahrt.